ja liebe youtube freunde was macht der bauer hausi heute samstagmorgen bei mir werden die kaff kartoffeln sorte jelly abgeschlägelt die haben bereits die grösse erreicht kaliber maximum kaliber 75 mm ist erlaubt oder kann man verkaufen und ich habe gestern eine probegrabung gemacht und das kaliber bewegt sich alles so 70 rum um 70 mm und es hat wenig stück darunter und auch keine kleine mehr darum wenn man da nicht aufpasst ist plötzlich das ganze feld zu groß und man hat nur noch übergrössen darum wird jetzt diese hektare jeli abgeschlägelt relativ früh heute am 4 juli 15 16 studieren welcher juli das ist heute am 16 juli werden die abgeschlägelt mit dem maschinen ring schlägler es ist ja verrückt 16 juli und die speisekartoffeln haben schon ihre grösse erreicht dieses jahr wird alles die ente an den kartoffeln viel früher sein